HALF PAST NOTHING 64 counts, 4 Richtungen, 1 Restart Der Restart ist in der 6. Wand, nach 32 Takten, Blickrichtung 6 Uhr Es sind viele Drehungen dabei, sage ich gleich und leider nicht über den ganzen Tanz verteilt, sondern ziemlich konzentriert Ich beginne mit einer Linie nach links Links, hinten kreuzen, links, vorne kreuzen Dann kommt noch ein Linksschritt, den rechten an den linken heran Links nach vor und der 8. Takt ist eine Pause Ich wiederhole nochmal diese 8. Takt 7, 8, Seite hinten, Seite vorne, Seite dazu, vor Pause Diese 8. Takt werden jetzt noch einmal getanzt für die nächsten 8 Aber nach rechts beginnen Das heißt, rechts, hinten, rechts, vorne, rechts, dazu, Rück, Pause Das heißt, wenn man sich das am Boden anschaut was wir jetzt getanzt haben auf den ersten 16 Counts ist das eine Linie, nach vor gehen, eine Linie und zurück gehen Das ist so ein Rechteck, was wir am Boden tanzen Nochmal die ersten 16 Counts 7, 8, Seite hinten, Seite vorne, Seite dazu, vor Pause Seite hinten, Seite vorne, Seite dazu, Rück, Pause Und hier beginnen auch schon die Drehungen Wir haben mit links nach hinten eine Wiege Gewicht am rechten Fuß und eine halbe Rechtsdrehung Gewicht ab zum linken Fuß Wieder eine Wiege mit rechts zurück Gewicht am linken Fuß und eine Viertel-Linksdrehung rechts steigt nach rechts, Pause Nochmal die letzten 8 7, 8, links, Rück, Platz die halbe rechts, rechts, Rück, Platz das Viertel links Das Gewicht ist am rechten Fuß Von Anfang an 7, 8, Seite hinten, Seite vorne, Seite dazu, vor Pause Seite hinten, Seite vorne, Seite dazu, zurück, Pause Rück, Platz, halbe, Pause Rück, Platz, Viertel, Pause Ich zähle euch das mal bis daher 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Das Gewicht haben wir am rechten Fuß Die nächste Sequenz Mit links wieder ein Rückplatz Rück, Platz, wieder eine halbe Das Gewicht habe ich am linken Fuß Und jetzt beginnen Mit dem rechten Fuß Eine ganze Rechtsdrehung ausführen Der 8. ist eine Pause Diese wird aber nicht nach rechts getanzt Sondern am Platz Also wir verlassen unser Zentrum nicht Rechts, links, rechts Also wir haben nicht die Seitwärtsbewegung Sondern am Platz Maximal nach vor die Bewegung Aber nicht nach rechts Habt ihr den Rechtsschritt gesetzt Und der 8. ist eine Pause Ich wiederhole nochmal die letzten 8 Akte Mit links eine Wiege zurück Rück, Platz Eine halbe Pause Gewicht ist am linken Fuß Eine ganze Rechtsdrehung am Platz Rechts, links, rechts Und eine Pause ist der 8. Akt Noch einmal die letzten 8 Akte Mit den Counts 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8 Seite hinten, Seite vorne, Seite dazu Vorpause, Seite hinten, Seite vorne, Seite dazu Zurück, Pause Wiege, halbe, wiege, viertel Wiege, halbe, ganze Drehung Jetzt kommen nach vorne Mit links beginnen Step, lock, step Step, lock, step Der 4. Takt ist eine Pause Und mit rechts nach vor eine Wiege Gewicht habt ihr dann wieder am linken Fuß Und noch einen Rechtsschritt zurück Und der 8. Takt ist eine Pause Ich wiederhole nochmal die letzten 8 Akte Wir waren mit der Drehung fertig Gewicht ist am rechten Fuß Wir beginnen die Step-Locks mit links Step, lock, step Pause Rechts die Wiege nach vor Gewicht am linken Fuß Und rechts Schritt zurück Pause Dann anfangen an 7, 8 Linie links Seite dazu und vor Linie rechts Seite dazu und zurück Wiege, halbe, wiege, viertel Wiege, halbe, ganze Drehung Step, lock, step Wiege und Schritt Mit links nach hinten Die nächsten Takt ist ein langsam getanzter Coaster Step Rück dazu Vor 4. Takt ist eine Pause Und dann haben wir Eine Spitze auftippen Eine Ferse auftippen Und gekreuzt aufstampfen Pause Noch einmal die letzten 8 Akte Mit links beginnen Den Coaster Step Langsam getanz Rück dazu Vor Pause Spitze Ferse Kreuzen Pause 7, 8 Seite Hintenseite Vor Eine Seite Zu Vor Pause Seite Hintenseite Vor Eine Seite Zu Zurück Pause Wiege, halbe, rechts Wiege, viertel Links Wiege, halbe, rechts Ganze Rechts Step Lock Step Wiege, Schritt Coaster Step Spitze Ferse Stomp Die nächsten Takte Ist noch einmal Ein Spitze Ferse Stomp Aber auf der linken Seite Spitze Ferse Stomp Vierter Takt ist eine Pause Und jetzt haben wir Rechts Beginnend Vor dem linken Fuß Kreuzen In eine Wiege Cross Rock Und ein schräg Nach hinten Getanzter Back Rock Noch einmal Die letzten 8 Takte Mit links An Spitze Ferse Stomp Spitze Ferse Stomp Gewicht ist am linken Fuß Und rechts Vor links Gekreuzt Wiege Und nach hinten Von Anfang an 7 8 Seite Hinten Seite Vor Seite Dazu Vor Pause Seite Hinten Seite Vor Seite Zurück Pause Wiege Halbe Rechts Wiege Viertel Links Wiege Halbe Rechts Ganze Drehung Rechts Step Lock Step Wiege Schritt Coaster Step Spitze Ferse Kreuzen Spitze Ferse Kreuzen Wiege Wiege Und dann kommt noch ein Behind Side Cross Behind Side Cross Gewicht ist dadurch am rechten Fuß Und wir beginnen den Tanz mit der Linie nach links wieder von vorne Erholung der letzten 8 Akte Noch einmal eine Wiege vorne gekreuzt Und nach hinten schräg Gewicht ist am linken Fuß Und mit einem Behind Side Cross auf die linke Seite Behind Side Cross Wird abgeschlossen, das Gewicht ist rechts vorne Und wir fangen mit der Linie nach links wieder an Und anfangen an 7, 8 Seite Hinten Seite Vor Seite Vor Pause Seite Hinten Seite Vor Seite Zurück Pause Rück Platz Wiege Halbe Rück Platz Viertel Rück Platz Wiege Halbe Drehen 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 Step Loch Step Wiege Schritt Coaster Step Spitze Ferse Kreizen Spitze Ferse Kreizen Cross Rock Back Rock Cross Rock Back Rock Behind Side Cross Der Restart von Half Past Nothing ist in der sechsten Wand Die sechste Wand beginnt auf Blickrichtung 9 Uhr Hier haben wir 32 Counts Und haben dann, wenn wir auf 6 Uhr schauen, den Restart Ich zeige euch das bis dorthin 7, 8 Seite Hinten Seite Vorn Seite Dazu Vor Seite Hinten Seite Vorn Seite Dazu Zurück Rück Platz Halbe Rück Platz Viertel Rück Platz Halbe Ganze Drehung Hier sind 32 Counts Zu Ende Wir haben das Gewicht am rechten Fuß Und können mit Seite Hinten Seite Vorne Seite Dazu Weiter Beginnen Hinten Hinten Gebt Schraub Hinten 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 Lägg Hinten Hinten Drehung Vielen Dank.